Hallo und herzlich willkommen zu Rocket Leach. Ich bin der Nero und Germin ist immer noch bei mir. Zumindest habe ich das gerade gedacht. Ja, nun wieder mal bin ich hier im... Ach ja, wieso? Einsam, verlassen im Stadion. Kein Mensch hat den Nero lieb. Und da geht was. Juhu. Nero ist nicht mehr alleine. Gucken, wen darf ich als Team begrüßen. Es ist die W-Lander, 1987. Supi. So, scheint wohl eine Mädel zu sein. Traumhaft. Schöne Flanke. Vielleicht kommt sie an. Schöne Flanke. Traumhaft. Diese Kulisse, ey. Nein. Nein. Schöne Flanke. Schöne Flanke. Ja, ich bin der Nero. Schöne Flanke. Schöne Flanke. Schöne Flanke. Schöne Flanke. Schöne Flanke. Schöne Flanke. näher und du bist so schlecht und noch mal ich glaub es nicht leute was ist mit mir los und dann da gibt sich die größte mir und ich sie ist traurig sie hat's gemacht wunderbar wunderbar also ich will dazu endstaffed spielt man in die richtige richtung, das gefällt mir So schön. Das war knapp, ich hab böser ausgehen können gerade. Super, das macht gerade kein Teamwork, weil zum Thema halt wegbomben noch, das ist eigentlich auf keine faire Geste, bin ich ehrlich, aber Not, wenn es halt nicht notwendig ist, dann müssen wir es halt kleiner machen. Holland ist aber auch eher einer, wo, sagen wir mal, quasi nicht gerne hinten ist. Die greift gerne an, ist ja auch super. So, auf jeden Fall mal schnell Energie holen. Wow, das ist echt, echt, echt gut. Als hätte sie das so gewollt, ey, Wahnsinn. Ah, das ist echt. Wie will ich jetzt sehen? Schnell, wie ist das? Gut. Das ist echt. Aber das ist sehr, das ist echt. Das ist sehr schwer. Sie ist aber nicht wirklich ... Sie macht gerne viel alleine, also ich sehe da nicht irgendwie, dass sie mal die Reaktion zeigt. Ja gut, das ist halt ... 87, ja, war nicht ein normales Alter. Ernsthaft, ernsthaft, Valanda, was soll denn das? Du hast mich gerade weggestoßen. Ja echt. Na gut. ... ... ... ... ... ... ... Da geht ja noch eins für uns. Ah, ein Eigentor. Von mir. Traumhaft. Achtet, dass es keiner mehr außer ich, außer die Gegner natürlich. Weil ich die Ballkontakt gehabt habe. Und dann geht es auf meine Kappe. Hey, Gewinner, super, wie geil, Bus. Wird wohl hier der Spielmacher sein, die wo der Stern bekommt. Naja, gut. Bin aber schon gleich wieder alleine. Aber, muss ja nicht sein. Ich finde auch ganz schnell wie eine Gruppe. Ne? Ich würde gerne mal diese Saison. Anfänger, vier Teams, weiter. Team-Logo. Was haben wir denn da nichts Schönes? Ich liebe ja Drachen. Ehrlich, Leute, das ist echt... Oh, Welfel. Yes. Team-Vulverin. Ich glaube, das schreibt man so. Aber ich würde sagen, Leute, das lassen wir für die nächste Folge. In diesem Sinne, habt noch Spaß und abonniert euch, lasst Like da, Kommentare. Es würde mich freuen. Bis bald, euer Nero. Ciao.